Mit dem richtigen Smartphone-Spiel wird man ganz einfach zum Wirtschaftsboss. In diesem Video stellen wir dir drei Tycoon-Spiele vor, mit denen du unterwegs dein Imperium aufbauen kannst. In Game Dev Tycoon wirst du zum Spieleentwickler. Du startest in deiner Garage und arbeitest dich allmählich hoch. Zu Beginn entwickelt man einfache Spiele für den PC, später kommen dann noch Konsolen hinzu. Man muss entscheiden, welches Genre das Spiel haben wird, welche Thematik es bekommt, ob der Fokus eher auf Grafik oder Gameplay liegt und dem Spiel natürlich einen Namen geben. Wurden gute Entscheidungen getroffen, entsteht ein erfolgreiches Spiel, Magazine berichten positiv darüber und die Verkaufszahlen steigen. Wenn ein Spiel mal nicht so gut ankam, kann man mit Auftragsarbeiten zusätzliches Geld verdienen, um das nächste Spieleprojekt zu finanzieren. Hast du damals auch am PC den Bestseller Rollercoaster Tycoon gespielt? Egal ob die Antwort Ja oder Nein lautet, das mobile Remake ist eines der besten Tycoon-Spiele für das Smartphone. Baue deinen eigenen Freizeitpark und platziere Achterbahnen, gestalte Parklandschaften, manage das Personal und kümmere dich um die Finanzen. Am Ende zählt nämlich nur, ob die Gäste glücklich sind und regelmäßig wiederkommen. Ein ungewöhnliches Setting bietet das Spiel Junkyard Tycoon. Hier nimmst du alte Schrottkisten auseinander und verkaufst ihre Einzelteile, um so viel Profit wie möglich zu machen. Die alten Autos, LKW oder Motorräder können günstig erworben und dann auf dem eigenen Schrottplatz zerlegt werden. Und selbst das verbeulte Restmetall ist nützlich. Alles in die Metallpresse schmeißen und schon bekommt man dafür einen guten Preis. Wer alles richtig macht, ist in kurzer Zeit ein echter Junkyard Tycoon. Welche Tycoon-Spiele hast du auf dem Smartphone? Schreib uns deine Empfehlungen in die Kommentare. Abonniere den O2-Kanal, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Und den Klick auf die Glocke nicht vergessen.